hallo liebe kinder liebe playmobil fans wir schauen uns heute hier ein haus an das noch gar nie in unseren videos vorkam ihr könnt es hier hinter mir schon sehen viele kennen wahrscheinlich dieses haus das ist das playmobil mit dem puppenhaus wir schauen was da alles für zubehör dabei ist und wir dieses haus mit ein paar tipps und tricks erweitern und so richtig gemütlich einrichten könnt wir fangen jetzt noch mal ganz von vorne an das ist also alles dabei und wir holen das haus jetzt mal hier aus der schachtel raus und klappen das auf und hier habe ich schon mal alle möbel ausgepackt und ausgebreitet so da ist also noch ein papa dabei eine mama und ein baby das kennt ihr vielleicht schon diese figur verwende ich auch oft als anna in badekleidung und jetzt fange ich mal an das haus einzurichten hier links oben ist das badezimmer da sind noch badeutensilien dabei die kommen jetzt hier vors fenster direkt unten drunter ist das wohnzimmer hier in die ecke kommt der fernseher dann ist noch ein couch tisch dabei und zwei sessel dann geht es weiter nach rechts hier unten ist die küche und das esszimmer backofen ist auch noch ein backblech und natürlich der kühlschrank der passt hier hin dann kommen die esszimmer stühle der esstisch und für das baby ist noch ein hochstuhl dabei natürlich ist hier auch noch ganz viel geschirr dabei besteck den kühlschrank habe ich schon mal gefüllt so und dann sind wir hier oben im schlafzimmer hierfür gibt es zwei betten eine baby wiege mit solch einer kleinen decke und zwei nachtischchen wundert euch nicht die schubladen sind falsch montiert aber das ist absicht so so sieht das haus jetzt also aus und jetzt darf die familie einziehen die mama kommt jetzt hier in die küche das baby darf in den hochstuhl sitzen so den papa ziehen wir noch die schlappen an und er darf jetzt hier ins wohnzimmer sitzen die zwei hunde welpen leisten in gesellschaft das baby das hat schon schrecklichen hunger deshalb muss das jetzt erstmal ein fläschchen bekommen und danach darf es seinen mittagsschlaf machen so schön zudecken und jetzt seht ihr schon so optimal eingerichtet ist das schlafzimmer nicht so wäre es schon mal besser aber was ist wenn das baby größer wird und gerne ein eigenes zimmer hätte oder wenn zu eurer playmobil familie mehrere kinder gehören dann ist das hier zu klein jetzt kann man dieses zimmer ganz einfach erweitern dazu räume ich mal alles aus und ich habe mir hier solch einen karton zugeschnitten für den fall dass ihr das nachbasteln wollt gebe ich euch hier die genauen maße an hier an dieser stelle ist der karton eingeschnitten bis hier vorne und jetzt werde ich das hier noch etwas einritzen damit sich der karton nachher besser knicken lässt so jetzt könnt ihr sehen kann man das hier ganz einfach umknicken und hat dann hier diese zimmer ecke jetzt hier noch knicken und das rüber falten es gibt die seitenwand und dann lässt sich das hier einfach rein schieben und wir haben jetzt oben ein zusätzliches zimmer und unten das esszimmer ist auch etwas erweitert die seitliche wand könnt ihr einfach mit kleberknete am haus fixieren oder auch mit einem klebeband und hier habe ich mir einfach noch solch eine kleine zwischenwand zugeschnitten die braucht man gar nicht festkleben die hält einfach indem man sie nur rein steckt jetzt verschöner ich mir die wände noch ein bisschen mit bunten papier da an der dachschräge hinten klebe ich das papier einfach mit kleberknete an denn wenn ich das dann wieder mal abziehen möchte dann geht das ganz leicht ohne dass es abdrücke hinterlässt hier kommt im kinderzimmer ein schöner fußboden rein das habe ich aus einem tisch set ausgeschnitten und das schlafzimmer der eltern bekommt einen teppichboden aus einem spültuch jetzt hier die betten für die eltern rein die bekommen natürlich auch eine schöne zudecke passend zum teppich und zu den wänden aus einem wattepad schneide ich noch zwei kopfkissen zu und auch die babywiege bekommt noch eine matratze aus moosgummi und eine kleine zudecke aus einem mikrofaserputztuch für die wände habe ich hier beim kick zwei riesige stickersets gekauft und damit verschöner ich jetzt noch das schlafzimmer und das kinderzimmer hier ist jetzt also platz für ein zusätzliches bett und einen schreibtisch hier kann jetzt also dieses ältere mädchen noch wohnen und hier vorne schläft dann das baby das hat sogar noch zwei schöne nachtlichter bekommen die habe ich hier aus diesen fahrrad speichen clips gemacht zwar habe ich die sterne an einer led lichterkette befestigt hinten kleberknete drauf gemacht und dann kann man das hier so einfach an die wand drücken und die ganze restliche lichterkette habe ich nach unten gezogen zusammen gewickelt und mit klebeband an der decke befestigt das bad hat auch noch eine neue tapete bekommen eine badewandern auflage aus karton hinten in der ecke ein schränkchen zur aufbewahrung der bade utensilien wie man das macht das könnt ihr in dem video sehen das ich euch jetzt rechts oben verlinke und dann kann hier der papa schon mal rein stehen zum zähneputzen im wohnzimmer habe ich nicht viel verändert das habe ich nur mit einem teppich etwas gemütlicher gemacht im esszimmer einfach ein farbiges papier als boden drunter legen den esstisch nach vorne holen und dann kann man hier prima spielen ich würde mich freuen wenn euch dieses video gefallen hat ich hoffe ihr könnt davon ein paar tipps gebrauchen ich wünsche euch schon mal viel spaß beim spielen wenn ihr mehr von familie hauser sehen wollt dann abonniert unseren kanal schaltet auf jeden fall die glocke ein damit ihr nichts verpasst und wir sehen uns bald wieder bis dann tschüss bei uns bis dann mit ho Engineering